so los geht's ja genau das sieht gut aus höhe um leuten meiner nicht was denn da los der läuft so lang doch mal mit das ist die jill bei resident evil 3 ist gestern schneller gelaufen aber du hast ihn schon es lohnt sich diesmal sogar in platz zu machen weil da nämlich die munitionskiste liegt und das stimmt jawohl wo ich ist noch eine das ist aber als wenn den elefanten killen willst das war wirklich ein elefantentöter hier noch irgendwas schönes drin das ist aber richtig dampf alleine schon wenn ich würde schon von dem schall her würde ich schon erschrecken und umfallen so wie kommen wir da denn hin kannst du ja oben mal lösen ja mache ich gucke mal ob hier unten irgendwo was rumsteht ist noch ein verbandkasten aber man braucht man glaube ich nicht so ich hab's mal gelöst hier ist eine munitionskiste eine große wie ich hier rauskomme erst mal hier nicht voll mit munition gucken wir mal wo das nächste ziel ist ich würde sagen da noch ja sieht gut aus so schnauze da war ich der immortler hatte wir hin und her läuft eine zombie der rente erst mal hinter am zaun hier und irgendwie eine mutti muss hier auch noch sein das war gestern nacht bin ich auch ganz schnell auf gegner getroffen weil ich möchte jetzt auch nicht nicht lang laufen während der auch scheiße kommt den haben wir schon mal sehr gut wo ist nicht so hast du die saaten mutter schon platt gemacht ja der elefantentöter ist auch nicht schlecht ja wahrscheinlich ein schuss und dann ja war tatsächlich so ich hab sie nicht mal am kopf getroffen da sind gegner ich glaube ich habe einen erwischt das gut mal gucken ob da noch mehr sind vorsicht hinter dir ok schuss ich habe geschossen ist ein blöder zombie hinter dir ich sehe den nicht also ich glaube ich habe ihn nicht erschossen ich habe ihn nicht ganz erledigt ok ich glaube der war allein oder ist hier irgendwo eine leiche nehmen ne ne ich habe keine ich habe nur so ein blödes ah das war cool ja ich habe nur diese blöde leiche am bild gesehen sieht ja auch mal verrückt aus oh schlechter wird schon verbannt alter na gut dann gehen wir weiter zu dem moichler mhm oh der hat ja eine machete das ist natürlich auch schlecht wenn dann einer mit dem elefantentöter auskommt ja das stimmt ich muss ein bisschen level ja ja das habe ich ja mit meiner catwell auch gemacht damit ich diese kettenpistole bekomme mhm ja das muss ich beim nächsten mal auch machen mhm aber ich habe auch gemerkt also wie gesagt die catwell die hat richtig dampf äh alter wie du ihn in der weg gemetzelt hast ja ja mit diesem ding hier da hat er keine chance wenn ich treffe ja was gut ist hier gibt es scheinbar keine teufel also wasser teufel mhm ich habe gestern auch so eine stelle wieder gesehen da gibt es so eine stelle ähm da ist doch vorne so ein kaputtes haus das liegt so schräg so ein loch da steigst du oben drauf dann kommt so ein wasser graben und dann musst du wieder so ein wasser graben und dann sind da Häuser aber ich finde wenn man da den wasserteufel platzieren würde das wäre noch mieser das stimmt ja ui hallo jo weg ist er dieser immortler der ist auch übel das stimmt man aber diese blauen dinger sind ganz schön weit weg mhm oder wenn ich irgendwie dran vorbei ne ne die haben das ganz schön auseinander gezogen deswegen trifft man wahrscheinlich auch schneller auf gegner das kann gut sein ja wieder kein wasserteufel was ist denn da los Mensch die sind bestimmt in Kurzarbeit das kann auch sein also auch sehr flaches wasser ne ja stimmt so gleich sind wir da mhm wir gucken ob das Ziel brummt das ist jetzt noch nicht da ist Munition auch oh ja okay ich löse mal so und dann können wir geradeaus theoretisch oh ja ist ja schon das nächste mhm ah hier ist äh Heilung muss ich mal nehmen ich bin nämlich gerade unglücklich runtergefallen ah ja hier ist nochmal Muni ah ist ja gut Munition oh jetzt muss man wieder zurückrennen ach du scheiße oh der hat schon einer die Trophäe aufgenommen ja mhm alter war mhm genau ne ich hatte eben ich dachte eben schon wieder da wäre irgendein Gegner oder so aber mein Augenwinkel hat mich schon wieder getäuscht war da schon wieder ein Immortler ne doch nicht Fackelmann jo beide weg schon krass ne wir haben so teilweise immer so im Schnitt 39 40 Zombies wenn wir so platt machen mhm und der nächste schön mit dem Gewehr ja mal gucken ob ich hoffentlich erschießen die sich alle gegenseitig bei dem anderen mhm das ist immer mal genial weil ich diesen komischen Typen hier nicht so gerne mag hier den Meuchler ne das ist auch nicht so mein Ding oh da gibt es Verbrauchsgüter oh oh ich kann vermutlich wieder keine einsammeln ne oh hier gibt es aber einen Wasserteufel ok ich renne mal hier rüber mhm ja hast du ja ich hab ihn auch äh also er ist auf jeden Fall auch platt und ich hab aber eben gedacht so ähm dass der ähm dass ich am Baumstamm hängen geblieben bin und äh dass er mir dann den Arsch beißt aber da kam nix oh Vorsicht hinter dir ja sehr gut dank ja ja gerade es gibt ja so ein paar Zombies die sind langsam es gibt ein paar die sind richtig schnell oh das sind Gegner oh 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 da unten läuft auch einer ja der ist gerade die Leiter hochgeklettert der ist jetzt auf dem Dach gewesen und die Zombies kommen ja mal nachladen hier so oh einer ist gestorben oh ist schon runter gefallen alter der hat aber gesessen du links rum ich rechts rum ja ich schmeiß ne Bombe ich hab einen sehr gut einer ist platt aber der hat sich mit dem anderen noch geschossen der andere ist noch da ja der ist hier unten scheiße den hab ich nicht erwischt ne sie sind aber zwei tot ja ja ich hab äh einer ist hier unten noch und hier muss noch einer muss hier noch sein du bist ja oben auf dem Dach ne oder ja ich bin auf dem Dach genau ok wo hat der sich hier verkrochen kann sein dass der mich gleich nieder macht hier bist du sicher dass da noch einer ist? ja ja der hat mit dem Zombie gekämpft und ist dann auch äh weggelaufen als ich auf ihn geschossen habe war auch so einer mit so einer hellen Kleidung hm da ist jetzt sicher kein oder der ist abgehauen ist so eine Munitionskiste der kann eigentlich nicht so weit sein ne ne hat der überall Munitionskisten oder der ist äh äh das war ich mit dem Pferd boah ich muss mal Feuer Feueronkel hat mich da gerade von hinten penetriert warst du das? ja der hat mich auch äh er war böse ah alter das hat aber Explosionen gegeben du läufst da lang ah hast du ihn? ja ok hier ist der andere ne zum looten ja gut so so alter da haben wir vier Leute weg gemackelt ja sehr schön hat er hier gehockt ja dieser dieser Camper echt mal 100 habe ich bekommen so jetzt nur 50 wo waren die anderen denn? äh einer ist hier noch links hier mhm der andere ist da ah siehste den kann ich gar nicht plündern ja dann guck ich mal hier aber den kann ich das ist komisch manchmal geht es manchmal nicht ja also ich konnte beide plündern ja prima so dann würde ich sagen können wir mal rein ne ja hier gibt es nur kleine Munition fragst du brauchst ah sehr gut äh wenn du hier einmal rumläufst ist auch hast du auch große Munition hier irgendwie und zwar ja hier sogar zwei Kisten zwei und da ist sogar noch eine dritte siehste die hatte ich gar nicht gesehen aber meine Munition ist auch voll aber ich könnte noch einen Verbandskasten gebrauchen ich bin schon mal ja ich verbinde mich mal so ich habe ihn schon mal ein paar verpasst so wo ist der Arsch ja der kriegt hier mal an der Wand lang ach da ist er wieder ah sie wieder angezündet sehr gut und das mag er überhaupt nicht aber das zieht er auch richtig ab das ist echt genial das stimmt aber der hat mich getroffen auf jeden Fall hm ah aber schon wieder eine geile Runde muss ich sagen war vier Gegner platt gemacht Aua der ist tat weh warte ich schmeiß nochmal ja sehr gut ein Feuerchen au jetzt hat es schon wieder so eine Klone losgeschickt hier der geht ganz gut ab hier nochmal gucken wo er ist ich habe ich habe jetzt auch Feuer wieder sehr gut sehr gut ja sehr gut das mag er überhaupt nicht ne ne oh jetzt hat er nicht wieder ange er schmeißt immer diese Messer hm genau das ist meistens wenn er an der Wand ist oder so und dann genau geht da richtig ab geht da richtig ab jetzt hat er mich auch mal ein bisschen angeritzt jetzt haben wir nicht schlimm gib mir mal gleich eine Spritze gib mir mal gleich eine Spritze ja genau machen wir es so weil das ist äh weil immer wenn ich äh grad die Spritze setzen will dann hätte ich weiter weg laufen müssen wir haben ihn ja so schon ganz gut bekommen nicht es lohnt dass ich wieder der Lump auf dich wurde geschossen ja hab ich auch gemerkt scheiße Ich hab keinen Plan von wo Der ist auf jeden Fall weg Ich muss dich jetzt wieder überleben, sonst wird's scheiße Ich denke mal, vielleicht von außen auf mich geschossen Das war eine Schrotflinte oder so Das kann sein Ich gucke mal, dass ich beide Knarren geladen habe Ja, ich hab leider nicht mehr Muni für meine Pistole Ah Hier ist Muni, ne? Ja, aber die ist schon offen, ne? Mhm Ja, da hab ich schon reingegriffen Okay, dann hab ich jetzt auch Gucken Hier ist auch noch eine Ah, die ist komplett leer Scheiße Aber von wo wurde denn auf mich geschossen, bitte? Ne, also geradeaus, ne? Da kam ja auch dieser Runde Bogen Schade, dass man diese Rollläden nicht zumachen kann Also diese Ähm Diese Klapp-Jalousien oder was das auch immer sind Ja Ich guck mal hier unten kurz, ja? Ob sich da einer Ich mach mal hier durch Ich hab mal ein Fass angeschossen Mhm Okay, hier ist alles dicht Oh, hier gibt's fett Munition, jawohl Also ich renne noch draußen rum, ne? Mhm Ich bin ein bisschen weiter nach unten gekrabbelt Ja Jetzt kletter ich wieder nach oben Aber ich seh hier nie Oder war das doch der Der Meuchler, dass sie es nur falsch interpretiert haben Kann sein, aber ich hab auch echt gedacht Da hat jemand noch in eine Ladung Schrot irgendwie Geschossen Weil ich hatte gerade diese komischen Insekten auf mir Konnte mich so wirklich sehen Mhm Falls wir es überleben, kannst du aber wieder deine Balken herstellen Mhm Stimmt, ja, genau Aber ich hab bis jetzt noch keine verloren, komischerweise Echt? Ja, ja Zweimal tot Ja, ja, aber ich hab keine verloren, also Ich dachte, ich verliert mir immer nur, wenn man brennt oder so Aber wenn man stirbt, ist einer weniger Okay Ich muss gleich mal gucken, weil ich hab jetzt volle Energie Vielleicht, äh Okay Ich guck gleich mal, wo wir raus müssen Mhm Oh, das ist ganz nah dran, das Rauslaufen Vielleicht wartet der Typ auch da auf uns Das kann sein So, ich hab mal eine aufgenommen Ich auch Soll ich ruhigen Blick werfen mal, oder? Kannst du machen Nee, sind keine Gegner da, ich hab drei Sekunden Verwendet Okay Komisch Ja, dann rennen wir mal einfach raus, würde ich sagen Mhm Ich guck hier nochmal kurz Ich krieg einen Ah, hier ist noch eine Munitionskiste Hier ist niemand Okay, prima Das hier auch mal genial Oh Wunder weg Mhm Ja, diese leuchtend gelben Augen Wie bei Wehrwölfen Wie bei Wehrwölfen Das ist aber echt nah dran hier So, ich schmeiß noch eine Granate da lang Die brauche ich nicht Mhm Das ist eine komische Dampfgranate Also Ich hab sogar noch Sicht Und, und, und Nö, ist keiner da Haben wir wahrscheinlich alle platt gemacht oder so Hammer Sehr gut, die Runde Jawoll, schönes Ding Und, 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 und Luis